Sooo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Torchlight. Torchlight! Wir sind hier in Torchlight! Hast du irgendeine Monster gesehen? Hast du mal... So. Ich habe gehört von Korruption in Torchlight. Ich glaube, dass es so gefährlich ist. Der Overseer war mit ihr seit Jahrzehnten, bevor es seine Sanität entfernt hat. Warum haben Sie und der Master Ulrich so schnell geteilt? Was jetzt passiert ist, finden Sie eine Hilfe. Search für die Krippe unter den Minden für den Overseer. Sie finden, dass der Overseer ihn selbst immer schützt. Sie müssen die Kraft finden, ihn zu übernehmen. Beware von Ulrich. Er ist unglaublich stark. Ich bin gerade wieder ein bisschen verschnupft, weil ich wieder ein bisschen alkoholitiert bin. Äh, das ist dann immer leicht nasal. Das sollte ich vielleicht mal vermeiden. Wenn ich auf die Idee komme aufzunehmen, dann sollte ich das lassen. Wenn ich auf die Idee komme aufzunehmen, dann sollte ich auf die Idee kommen. Patsch. 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 und du fasst Putschi 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 und du bist hinüber so, du auch du auch fasst Shang so gibt es hier unten auch Leute? ja ok, der macht sogar ein bisschen Schaden, der Typ oh Shambler Putsch und Putsch ähm, werden die überhaupt angezeigt? genau tak, tak wir hatten den Spaß eigentlich aus ach, ich ach, ich glaube, ich habe das gemacht wenn ich nicht mehr Zeug gefunden habe so euch sollte hier Konstrukte ey sag mal das ist echt immer das nervige Putsch 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 mein Pack ist voll ok Pack ist voll Pad ist voll so, dann schauen wir doch mal was können wir denn identifizieren dich und dich und ich kann das tun dich und dich und dich und dich und dich so also du kannst darüber du kannst darüber du sowieso one handed 124 plus 6 Eis 4% das ist ein seltener Gürtel 8 Eiswiderstand 3 Giftwiderstand 4 Gesundheit äh Stärke und 3 Rüstungen das sollte ich fast tun Schaden zurück aber 7 statt dessen so den brauche ich ja nicht der könnte von Interesse sein den brauche ich auf jeden Fall auch nicht was ist denn das Unidentified Rifle 90 Schaden 2 Hand brauche ich nicht 3 brauche ich nicht Schild 4 Rüstung ich habe momentan keinen weil ich eine 2 Hand habe 4 brauche ich auch nicht 5 statt 7 5 statt 7 der Inventory ist 4 ok Kurti dann würde ich sagen du gehst mal einkaufen und ich renne hier noch ein bisschen in der Gegend rum und sammle Zeug ein Zeug so dann identifizieren wir doch mal dich und dich ähm den Quatsch brauche ich ja definitiv nicht nicht brauche ich auch nicht 8 Rüstung gegen 8 Rüstung ähm brauche ich eigentlich nicht wobei der weniger Attribute erfordert nur Level 8 ähm den brauche ich definitiv auch nicht was gibt es denn da 2 Verteidigung und 1 Schaden das ist magische Attribute elektrischen Schaden und Feuerschaden ja wir laufen hier erstmal ein bisschen in der Gegend rum und versuchen noch Zeug in der Gegend einzusammeln das wir bisher übersehen haben ähm die Urne muss sterben so dann gehen wir doch mal hier runter zapp bäm 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 super war ja gar kein so großer Akt 884 das ist ja gar nicht so viel dann kannst du mal sterben und dann schauen wir doch mal ob wir hier noch mehr für mein kleines Haustier haben wie zum Beispiel den Shutter Einhand oh da müsste ich mir die Einhand angucken oh statt 67 67 ist der da Eisschaden und Moment warte mal Eisschaden hab ich 3 und 3 genau über einen gesockelten und 10 Gesundheit und Giftschaden aber das ist ja egal dafür machen wir mehr physikalischen Schaden und der durchschnittliche Angriff und 1 Socket aber komm hey das machen wir so weil das was in dem Socket ist hab ich eh müssen wir bloß dran denken dass wir die noch entzockeln so ich brauch ich nicht da war ich noch am überlegen das ist ein Hand plus 6 Eisschaden plus 4 definitiv definitiv gut die ist jetzt nicht attributiert aber die eine macht Schaden und die andere ist attributiert das heißt das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung das heißt der kann auch darüber der Gürtel der hat viele Attribute Giftwiderstand Stärke Bonus plus 3 Armor was ja dann 8 wäre ok den Patsch mal rein Moment wo ist mein wo sind meine Armor Werte kann ich die hier irgendwo sehen nö hier sehe ich die nicht das ist so schade das heißt ich muss hier auf Charakter gehen oder so sieht's aus wie sieht meine Armor aus Defense das ist doch meine Armor oder Resistance nee äh Defense wenn ich jetzt Patsch sag 36 bis 71 und wenn ich jetzt Patsch sag 35 bis 70 ok 36 bis 71 definitiv dann kann Pat du den haben den sowieso äh den natürlich auch ähm bei einer Hand könnte das eventuell Sinn machen aber das mache ich gerade nicht so ging's da hinten weiter eigentlich ja tat es 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 1 10 9 10 10 11 10 11 Da können wir ja einen Jack jagen, haha, haha, so, und aus dem Jack machen wir uns dann eine Jacke, oh man, okay, haha, haha, so, hey, du, und du, und du sowieso. So, 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 so. Ach, die Truhe habe ich schon geöffnet, bist ja, das ist ja hinterhältig. Truhe, Truhe, äh Urne, ohne, okay, hier geht es weiter. sag mal meine hunde was machst du für schaden ist unglaublich mein hund macht schon fast mehr schaden als ich das ist echt der hammer so die urne so dann gab es da gold wo ich bin vergiftet so mal eins kommt einfach mal wenn man es können ja